Und ein herzliches Willkommen zurück bei Starbound. Jo, willkommen zurück. Ich habe ja heimlich, was ihr alles nicht sehen konntet, Titanium geformt. Wir haben jetzt hier schön vernünftig jeder 180 Stück. Damit können wir unser Schiff aufwerten. Das könnten wir doch eigentlich gleich mal machen, oder? Ja, das machen wir jetzt gleich mal. Ich hoffe, du hast da... Oh ja, das kleine Häschen kommt wieder. So, was haben wir denn jetzt hier schönes? Ach, wir haben eine weitere Kamera bekommen, aber... Warte mal. Hä? Den Dings... Hä? Ich habe doch genug Uran, habe ich doch. Nein, du musst die Uranstangen nehmen, ne? Bin ich doof. Ah, ist das normale Uran, ne? Ach, soll ich dir mal was sagen, weil ich das im Dings reingepackt habe? Äh, na warte, dann rühre ich zu dir rüber. Weil ich habe das Uran unten in die Kiste gepackt hatte. Ja. Boah, er hat mir den Uranstab hängen geworfen. Jo. So, jetzt müsste es gehen. Gucken wir, wie das benutzt du? Ja, jetzt kommt das Häschen. Ja, cool. Cool. Oh, was kriegen wir denn da? Wir haben einen schönen neuen Abschnitt gekriegt, also nochmal eine Kamera mehr. Ja, und wir haben eine Waffe bekommen, eine neue. Äh, das ist das Kabel-Dingsbums. Warte mal, das habe ich noch gar nicht aktiviert. Jetzt aktiviert. Ah, okay, das ist das dritte Werkzeug, was noch gefehlt hat. Na? Das ist das, wo wir die Kabel mitziehen können. Kannst du dich daran erinnern? Immer. Und wie das jetzt funktioniert? Aber die andere... Okay. Ich komme nicht rein in... Äh, du musst es abbauen, das musst du dich auch machen. So? Verstehe bloß nicht, warum das nicht grün ist bei dir. Ha! Kannst du auch nicht ändern. Nee. Äh. Du musst dich ja... So. Du hast dein Licht abgebaut. Das warst du. Nein, das warst du. Nein, das warst du. Gut, ja, äh... Huch, was machst du denn? Du musst die Kala arbeiten. Das geht wohl? Ja. Achso, aber nur der Hintergrund, wa? Nur den Hintergrund. Ich geh gleich mal auf dein Schiff an, dann geht's auf. Was wir noch tolles machen wollten, wir wollten ja Durastallrüstung bauen, ne? Dass wir nicht kurz so schnell drauf gehen. Eigentlich, das wollten wir eigentlich... Richtig. Da war ja was. Da war ja was. Und dann können wir auch die Mission abgeben. Können wir auch mal... Gut. Äh, runter... Oh, abgestürzt. Einer Seite finde ich das scheiße hier. Was denn? Geben. Brauchen wir jetzt eigentlich, äh, jetzt den Spitzhacken noch, oder reicht das Ding aus jetzt, was wir auch upgedatet haben? Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich hab jetzt eine ganze Weile damit gemacht, für mich reicht's. Mit der Spitzhacke bist du nicht viel schneller. Aha. Ich hoffe, dass irgendwann Bohrmaschinen kommen, aber... Oh, ich freu mich schon, wenn der Bohrhammer kommt. Ja, dann, dann könnt's sich eventuell nochmal lohnen, aber ansonsten nicht wirklich. Ja. Äh, Durastall ging hier an dem, an dem neuen Ding, ne? Ja, ja, bestimmt. Ja, genau. Achso, Öl brauch ich, oder? Ach, nee, Oranium brauch ich. Oranium haben wir hier oben drinnen. Ich geb dir gleich die Hälfte ab von Uran. Oder du schmelzt das jetzt zurecht. Achso, dann musst du mir das Titan herwerfen. Achso, warte. Äh, da. Uran brauchst du ja auch noch, oder? Hab ich. Da hast du. Boah, ne. Geht, 340 haben wir jetzt. Damit sollten wir gut hinkommen. Danke. So, das heißt, wo... Wo kann man das jetzt bauen? Hier? Ne. Äh, hier bei dem Roboter, den Club, oder? Rüstung, warte mal. Ne, äh, bei dem Roboter kann man... Ach, hier, da kannst du die Laterne mal bauen. Was ich schon gedacht hab. Äh, was beim Roboter, oder was? Und das andere geht, äh, bei dem Ding daneben. Aber ich seh's nicht. Was? Die Laterne, wo denn? Wo ist denn die? Ähm, drück mal unten auf das Schild. Unten bei dem Tisch geht das auch. Aber wir können nicht bauen, ne? Fehlt uns vielleicht noch irgendwas? Ja. Wir können die Rüstung nicht bauen. Warte mal, was? Wo, wo, wo ist das jetzt mit dem... Mit der Laterne? Ja. Äh, geh mal hier bei dem Roboter-Dingsbums und dann drückst du unten links auf das Schild. Und da steht dann ein Lantern-Stick. Äh, hab ich draufgedrückt? Ja, du müsstest den Inn haben. Nein, ich hab draufgedrückt und da ist nischt. Hä? Äh, wir können Fleisch? Flashblocks herstellen. Ja, das hab ich gesehen. Warte mal, dann baue ich den schnell, ne? Äh, Eisen. Wurde zu wissen, äh... Versteh ich ja nicht, warum das Bild hier nicht ist. Wiss ich nicht. Warum? Weshalb? So, ähm... So, auf jeden Fall fehlt uns noch irgendwas, äh... womit wir... umbauen können. Warte mal, die Referendernie können wir rein... die können wir auch schon mal bauen. Ja, die kannst du ja bauen. Brauchst du doch, was brauchst du denn dafür? Äh, Stahl und Kohle, jeweils 20. Oh, das ist Stahl und Kohle. Äh, Kohle müssen wir ja noch haben, oder? Kohle ist reichlich drinnen, hm? Was siehst du, was siehst du? Ach genau, hier, den Replikator, den baue ich jetzt mal. Ey, ich glaube, wir müssen hier mal weiter ausbauen, wo wir alles von den anderen hinpacken und dann... Genau. Weil so langsam wird's ganz schön enge hier drinnen, ne? Ja. Da unten war es, da war es, da... Das? Das ist das Neue. Ja, und da können wir auch die neuen Sachen bauen. Oh, fette Scheiße. Ich kann einen Diamantbohrer bauen mir. Echt? Ja. Ich hab jetzt erstmal die Rüstung gebaut. Warte mal, Rüstung. Mal gucken, ob das alles reicht, so. Ja, das ist recht. Oh, Gnaden können wir auch bauen. Gucken erstmal, wie der aussieht. Oh, Silberbohrer können wir auch bauen. Na, wenn, dann bauen wir gleich einen Diamantbohrer, oder? Ja, dann mach ich erstmal einen Diamantbohrer fertig mir. Aber guck mal, das sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Das ist jetzt die Titanumbrüstung hier. Naja, ich... Bei jedem sieht das anders aus. Ja, das ist mir klar. Ähm... Bei... Diamantbohrer 6? Die kostet nur 6er? Ja, nur 6er. Dann baue ich mir doch mal ihn. Ich hab mir auch ein Gebot schon. So, jetzt muss ich... In der Hoffnung, dass wir den, ähm... Ja, ich hab die Leuchte jetzt drinnen. Ja. Achso, willst du eigentlich mal einen Flammenwerfer haben? Welchen Flammenwerfer? Der hier? So, der musst du rüberwerfen, wenn du möchtest. Hab ich. So, jetzt will ich jetzt mal gucken. Was können wir denn jetzt hier noch Schönes bauen? Hier ist nichts, hier ist nichts. So. Na, endlich. Ich... Iha! Ist Platin höher als Diamant? Ne, ne? Ich nicht. Ich glaub nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Waffen. Die Waffen sind auch nicht so schlecht, ne? Aber ich glaub, ich hab bessere. Obwohl die... Boah, ist natürlich schon fett hier, ey. Jetzt müsste bei dir auch so draufstehen. Bestimmt, äh... Lehm, 200 und, äh, Strom oder Energie, ich weiß es nicht. 300. 300, genau. Aber Rüstung ist nur, äh, 150 hab ich da. 150 hab ich da. Wohl, hab ich auch da. Und Schwert ist da? Was hast du da? Äh, Schwert gar nichts. Okay. Auch null. Ich hab jetzt erst mal die 29 Schwerter gebaut. Hm. Gucken, die werden ja ordentlich Schaden machen, denk ich. Er steht doch da. Naja, 350 halt. War schön schnell sind's auch. Ich hab das, ich hab noch einen Haufen Waffen. Geh jetzt erstmal hier rein. Brauch ich alles nicht. Äh, Rüstung hau ich mir auch nochmal rein. Wohl eh nen Fernkampfwerfer, wer schon gut war. Ja. Nämlich hier das Ding. Das war gar nicht so schlecht, oder? Ach, Rüstung, äh, packst du da normal rein, ja. Na, hier oben in die Kisten hau ich das rein. Aha, ich seh schon, gerade. Achso, was ihr noch gefunden habt? Ja. Oh, cool, dann kann ich ja oben das letzte Ding updaten. Genau, ich nämlich auch. Gut, dann haben wir hier erstmal alles gebaut, ne? Ja. So. Die Frage ist sogar, ob's nicht sogar Sinn macht, aber dafür ist das Schiff noch zu klein, oder? Ähm, das war... Äh, die ganzen Geräte, die wir jetzt hier brauchen, ne? Mhm. Ob wir die nicht aufs Schiff verlagern? Weiß nicht. Ach ja, das Kabelgelumpe können wir jetzt auch bauen. Naja, ich hab das schon gesehen vorhin. Ich baue das jetzt mal hier. Äh, aber wo stellen wir das hin? Der ist da rüber. Hier, oder? Ja, eigentlich ist das ja das Garten-Ding. Ja. Okay. Oh, da können wir unsere Schalter bauen, jetzt. Hm, genau. Da ist er. Da können wir eigentlich mal mit Elektro-Ambilder ein bisschen rumspielen. Circuit-Board, was brauchen wir da? Kabel und Kupfer. Kupfer müsst ihr eigentlich rechtlich haben, ne? Eigentlich müsste Kupfer genug da sein, wenn ich... Naja, die sind 250, so viel ist das nicht. Ähm... Aber ich geh um, erstmal aktivieren. Tu mal die Raffinie bauen und ich bin gleich wieder da. Ähm... Stahl. Achso, da mussten wir Eisen umschmelzen, ne? Ja. Ja. Ups. Ups. Jut. Oh. Oh. Kohle. Äh, wir haben hier, ähm... Ja? Neue Sachen dazu bekommen. Äh, okay. Ich komm gleich hoch. Ich brauch jetzt kurz die... Das Refi-Dings-Wumster. Das ist... Zack. Das ist echt eng hier drin, ne? Hm. Ah, ey. Ich hasse das, wenn man auf Englisch, ey, alles setzt. So. Ah, okay. Ja, ich seh's grad. Jetzt überlege ich... Boah, das ist natürlich... Rocket Jump. Klingt auch alles... Sag mal, Kopf. Kopf. Das hatten wir ja, das mit... Radio oder TV. Ach, guck mal, Boat heißt, du kannst in einem Boot, äh, schwimmen. Wo? Ähm, bei Kopf hab ich das. Bei Head meinst du? Ja. Boat hast du da, Boat und Bouncy. Was? Bouncy? Äh... Na, das ist ein bisschen Quatsch. Ja, was ist denn? Da kannst du so viel kinetische Energie umwandeln. Aha. Also, ach doch, warte mal, das ist, wenn du zum Beispiel in hohen Absprung, wenn wir zum Beispiel in die Tunnel springen und so, das ist natürlich nicht so schlecht. Das ist praktischer als ein Boot jetzt erstmal. Ja, ich denke auch, oder? Ja. Da wir ja immer so, äh... Leicht, glaube ich, immer irgendwo runterspringen. Aber du kannst immer nur jeweils eins auswählen, ne? Ja, ja, ich hab's mir jetzt eins ausgewählt, das ist... Ground Smash ist auch neu. Aha, okay, da kannst du hier so ein... Ja, so einen Bauchplatz machen hier auf dem Boden. Was natürlich bringt, ist natürlich die andere Frage. Müssen wir dann, äh, gucken dann. Und Rocket Jump. Aha, okay. Ist auf jeden Fall interessant. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Ähm, du bist ja noch am Outpost, ne? Kann das sein? Äh, nein. Ach, scheiße, ja, stimmt, wir sind ja... Warte, ich fliege. Dafür kannst du die aus meinen Dings rausnehmen, wenn du Treibstoff brauchst. Ah, okay, ja. Das wäre günstig, dann kann ich das mal aufladen. Was ich ein bisschen doof finde, äh, von meinem Schiff auf dein Schiff kann ich teleportieren, ne? Aber von deins auf meins geht nicht mehr. Okay. Du musst ja erst wieder zurück auf den Fußboden. So, wir fliegen. So. Wie wurde das aktiviert, das... Ähm, wird F. Ach so. War das natürlich geil. Also das macht sich echt günstig. Aber guck mal, wie schnell die Energie runtergeht. Äh. Aber ich finde das jetzt gar nicht so eine schlechte Idee. Cool. Wenn du doch mal einen großen Absprung hast. Ja, das stimmt. Hieronymum! Puh! Ach. Weg. Tschüüüüü. Soll ich haken wieder? Ach so, ähm, die Laterne musst du mal umtauschen bei dir, ne? Sonst funktioniert die nicht. Musst du mal die Plätze tauschen. Ach so. Oder? Also du müsstest die... Du hast doch auch zwei Bilder dazu, ne? Ja, ja. Das muss aber eigentlich funktionieren. Also du musst das ins Obere machen. Ja, das ist doch am oberen. Ach so, okay. Dann leuchtet jetzt einfach nur wenig. Also die Leuchtkraft haben wir auf jeden Fall runtergenommen von dem Zeug. Oh, hier ist eine Quest. Drei Kokosnüsse. Äh, die haben wir doch. Ja, Kokosnüsse habe ich. Guck mal, die kann ich gleich auch abgeben. Ach ja, hast du noch mehr? Wiss ich nicht. Oh, hier gibt's hier die Menge jetzt. Hast du keine mehr? Na, unten. Ich habe ja immer alles rausgeschmissen. Das waren Kokosnüsse. Kokosnüsse, oder? Ja, Kokosnüsse, ja. Wie heißen die denn? Na, Kokonuts. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall welche im Haus haben. Ich guck gerade nochmal. Wir können erstmal die ganze Mission abholen und dann können wir sie auch einzeln abgeben. Ja. Weil hier, guck mal, der wird zum Beispiel zehn Copperbars. Dafür kriegen wir da irgendeine Pistole. Aber was habe ich jetzt nicht dabei? Der? Bitte, hier kriegen wir auch ein Gewehr. Da sollen wir irgendeine Asche herstellen. Oh, hier kann ich ja gleich abgeben. Ach, cool. Ja, da steht Grund dazu. Komm, hier. Der nächste. Können wir auch gleich abgeben? Ach, hier. Äh, fünf Feuerwerkskörper. Feuerwerkskörper. Geil. Ach, hast du Schießballer bei dir? Ja, hatte ich gerade gehabt. Kannst du aber schnell machen. Auf, äh, drückst du auf C, glaube ich. Ach so, genau. Warte mal. Ne, warte. Ach ne, das musst du unten machen, glaube ich, ne? Warte, warte. Können wir gleich machen. Warte, komm. Ich hab da was vorbereitet. Ne, du kannst doch hier ja wieder nichts hinstellen. Boah, geht alles. Ah. Ne. Ach, scheiße. Sag ich ja. Ah, fuck. Na, ist egal. Wir müssen eh noch Kupfer holen. Von unten. So, was hat der hier? Schießpulver habe ich zweimal hier. Na, fünf brauchen wir. Ja, da oben noch. Jetzt sollen wir mit, hier oben sollen wir mit irgendeinem reden. Mit Floran, Scholar, wie auch immer das ist. Ach so, das ist der hier unten. Da, da oben, die Olle. Da. Ja. Also, hier unten kannst du gleich, äh, ne Mission abgeben. Ja, ja, da oben. Wir haben freie Bahn wieder. Ah, cool. Neue Mission. Ah, der will wieder... So, ein Stück Papier, ey. Den Scheiß kriegt man hier. Oder? Ja. So, okay. Da haben wir erstmal tausend Tonnen von Mission, oder? Ja. Und ich sage, machen wir erstmal die ganze Kleen Mission, gucken mal, äh... Ja, erstmal hier, erstmal gucken. Also, ich müsste jetzt alles haben. Alles, ja? Guck lieber nochmal. Ja, warte. Der hier draußen wird seine Schalter erzählen, hier, oder? Ne. Hier draußen gab es auch nichts mehr. Ah, hier kannst du zum Beispiel gucken, ne? Wenn du, ähm, das auf das Kabeltool jetzt machst, ne? Kannst du dir angucken, wie das mit den Türen funktioniert. So, cool. Ich hab alle. Hast du alle, ja? Ja. Wo bist du denn? Ich bin jetzt wieder vorne am Eingang. Gut. Ich würde schon sagen, wer schießt denn jetzt hier? Äh... Wenn du mir willst einen Schrecken einhören. Hoppala. Entschuldigung. Tut mir leid, darf man nicht sein. Was? Ich hab gerade geröpst. Das hat man nicht gehört. Nee? Nee. Geil. Jetzt hat man's gehört. Ja. Ich's gesagt habe. Ja. Da ist es jetzt, muss ich wieder zurück zum Schiff, äh, zum Dingsfliegen. Na, nee, zum, äh, ganz über mich. Ich stehe ja noch am, ähm, Heimatplaneten. Okay, mach ich. Ah. Oh, dein Schiff ist ja gut aus. So, und wenn wir im Haus sind, da gucken wir mal die ganz kleinen Missionen durch, was wir jetzt davon schon machen können und was nicht. Weil das mit dem Papier können wir auf jeden Fall machen, glaube ich. Ja, ich hab da schon ein paar Sachen. Ja, genau, ein paar Sachen konnte ich auch schon sofort abgeben. Was ich da hatte. Ach, man kann den Weihnachtsmann erschießen, ist ja lustig. Ach, wenn du das Schwert in der Hand hast, dann zeigt er dir auch, äh, im Inventar an, wie viel Schaden du machst. So? Mhm. 691 mach ich mit beiden Schwertern. Cool. So, Missionen. Die drei Kokosnüsse, die müssen wir ja haben. Kokosnüsse müssen wir, ja, Kokosnüsse müssen da sein. Ja, 15 Stück haben wir. So, die packe ich mir mal ins Inventar. Warum stellst du die da unten hin? Äh, weil unten hier Platz war. Aha. So, Kokosnüsse hab ich. Ähm, 10 Kupferbars. Können wir was gucken. Da hab ich auch. Uran. Nee, kann man nicht raffinieren. Bin gespannt. Ah. Äh, du hast doch einen Müllsack bekommen, ne? Ja. Den sollen wir, ähm, verbrennen. Wo? Am Ofen. Hab ich grad gemacht. Sehen Sie? Bin die ihr Dreck nicht alleine machen? Anscheinend nicht. Alter, ey. Und 5, äh, Schießpulver. Kohle hab ich ja hier. Äh, wie kann ich in den Ofen verbrennen? Ach, da. Ja. Umfohlen müsste was, mysteriöse Asche stehen oder sowas. Ach so, da. Äh, das Schießpulver? Wo konnte ich das herstellen? Äh, das kannst du, ähm, an der Bench hier. Ah ja, an der unteren, wa? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Eine O-Ben, weil ich bin. 5. Nee, an der unteren geht's auch. Okay. So, das nochmal. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier, äh, warte mal, wegen Pixel. Was übernehmen können? Äh, Holz. Was braucht der? Holz? Ja, wir sollen Papier herstellen. Cool. Klapp mit dem Pixel, cool. Papier sollen wir herstellen? Ja, das kannst du, äh, am Tisch machen. Löffel herstellen, wo ist Papier herstellen? So, Kokosnüsse haben wir. Kupfer haben wir. Hast du gehört? Was soll ich denn Papier jetzt? Na, da, wo du stehst. Äh, gib mal ein Paper ein. P-A-P-E-E-R Fünf Schießpulver und fünf Papier hab ich. Äh, äh, geht nicht. Das ist, ach, ich... Ach doch, warte mal. Warte mal, ich bin ja nicht am, äh, Dings. Ich bin gerade am Bus gerade gewesen. Äh, du brauchst doch Holz, ne? Holz hab ich da. Gut. Also Holzbalken. Nicht die, nicht die Planken, sondern die Balken. Die Balken, ja? Hm. Paper. Fünf Mal. So. Wie viel Mal brauchen wir denn? Fünf. Also ich hab, ich müsste jetzt alles haben. Ja, fünf Stück kriegt man ja. Genau. Guck mal, Kokosnüsse hast du? Kokosnüsse hab ich doch schon erledigt. Ach, das hast du gemacht. Äh, zehn Kupfer-Barn? Ne, hab ich noch nicht. Die sind in der Kiste. Den Müll hast du verbrannt, ne? Ja, den hab ich schon verbrannt, die Asche hab ich da. Äh, fünf Mal Schießpulver hast du auch. Und Papierhammer. Gut, dann können wir das alles abgeben. Äh, Schießpulver, das hab ich da. Fünf Stück. Schießpulver hab ich schon erledigt. Ach so, da hattest du mich doch gefragt. Ja. Ob ich, ähm... Weißt du? Ja. Und gut, dann geb ich jetzt die ganze Mission ab. Jo. So, der erste sitzt hier vorne. Ach so. Ach, die haben einen Ball bekommen. Ja, ja, den hab ich auch bekommen. Jetzt hab ich hier um ne Knarre gekriegt. Was kann die? Oh, ja. Noch ne Knarre. So, hier war... ...der Müll. Und da unten. Ah ja, okay. Der Vogel hier. So. Ah, okay. Feuerwerk können wir jetzt herstellen hier, wenn du das Schießpulver abgibst. Ja, warte mal. Papierflugzeuge hat der hergestellt. Ist ja geil. Okay. Cool. War das jetzt da alles? Ey, hier unten, na... ...wieder ne neue Quest. Warte, ich muss mal gucken, war das jetzt alles? Ja, scheint erstmal so. Hier unten ist ne neue Quest gewesen. Hier, bei dem hier. Vier Diamanten. Die hab ich sogar mit. Ja, du, ich nicht. Warte, ich guck mal. Ah, wir haben... Ach, wir können jetzt, glaube ich, bei dem einkaufen. Wie, bei dem jetzt? Ja. Gibt's denn bei dem? Gute Frage, ich kann noch nicht jetzt. Äh, Diamanten euch mit. Hier. Cool. Cool, jetzt haben wir Karte bekommen. Irgendeine Lizenz haben wir bekommen, ja. Aber, aber nicht dafür. Doch. Der zeigt doch. Guck mal. Heckt doch. Ne, der quatscht ja bloß. Oder ist das für unser Schiff? Oh, jetzt hab ich mir ein Flugzeug weggeworfen. Guck mal. Ja. Ey, ey. Die haben's wirklich geil überarbeitet. Ich finde das richtig geil jetzt. So viele Kleinigkeiten, ne? Ja. Die ist das Spiel wieder so geil machen. So, gut. Dann haben wir jetzt bloß noch die Endmission. Ja. die hauptmission die machen wir auf jeden fall in der nächsten folge ein bisschen zeit ist halt glaube ich noch ein bisschen zeit ist noch ja so drei minuten naja ach komm einen prozessor können wir ja auch kaufen ja aber brauchen wir erstmal nicht glaube erstmal nicht dann gehe ich mal bei mir aufs schiff und guck mal wofür die lizenz ist eine lizenz ist das ja ja wir können das schiff weiter aufarbeitern 20 uranium und 10 durastahl na das sollte wir doch fast haben oder wieder 20 uranium und 10 durastahl das habe ich doch ja du ich nicht nee ich muss also ich muss das hunde ich habe das alles wieder in kiste gepackt war schon ausprobiert nee das ist ja einmal naja wir können jetzt regelmäßig herstellen da haben wir ausprobieren ja probiere ich gleich mal aus wenn ich am haus bin ja am haus ich ja warte gleichzeitig ist so besser ja erst mal zu dir kommen so du als ende des schlusses bist du so ab ende so das ganze oranium ist das du haben kann das sein was das ganze ja ich hab für mir nur äh wo ist das ganze oranium hin ich hab eigentlich alles dir gegeben du hattest doch vorhin noch was gebaut dann habe ich da alles aufgebraucht oder was noch mal gucken bei mir oh hier äh hier hier sternschnuppenring ja sehe ich das ja auch kein feuerwerk am sternschnuppenring also oranium ist ja nix mehr hatte juhu ach so oder denn nein ich schlafen uranium hier hast du denn uranium ne das hat nicht funktioniert hast du es dir selbst zugeworfen nein ich hab es hochgeworfen aber du hast nicht ach mehr als 5 haben wir nicht oder was nein die ist nichts anderes ich hab ja den Rest hab ich ja immer in die kisten gehauen juhu dann müssen wir auf jeden fall uranium farmen so äh krass wie schnell das weg geht ja das heißt äh ja uranium farmen genau so ich mach jetzt feuerwerk ja warte ja warte guck mal ob das funktioniert 3 2 1 hä wo die ist ja witzig 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 11 12 12 12 12